Als ob hier einfach noch irgendwas ist, wo jemand rausgehalten wird. Das sieht doch keine Sau. Sag mal, wo ist denn hier überhaupt noch der ganze Abfall? Ich sehe keinen. Also, ich sehe keinen Müll mehr. Oh, hier ist welcher. Ich habe ihn gefunden. Welche Rennungskraft ist denn das hier? 19. So. Um das hier fertig ist, sollten das hier auch besser sein. Ah. Alles klar. Das war der ganze Müll, der Minus 180 gemacht hat. Ich finde es hier cool, dass die Attraktionen immer so cool benannt sind. Ist der Rächer kaputt? Nee. Ah, das ist kaputt. Alter. Okay. Ich habe keinen Bock mehr. So. Leute, Leute. Hat mir gefallen. Inkonvention. Obwohl. Jeder wäre der einzige gerade. Nice. Ich glaube, wir sind jetzt nicht alleine. Alter, wie viele Leute da reingehen. Das wird total unerklärlich, wieso das viele Leute da reingehen. Wow. Kann ich mir das auch mit normalen Geschwindigkeit anschauen? Oh, das kann ich nicht. Wow, unzoom. Wow, wie umwerfend, spannend. Als ob hier einfach noch irgendwas ist, wo jemand rausgehalten wird. Das sieht doch keine Sau. Das kann man von der Form gar nicht sehen, den Typen hier. What the fuck? Alter. Wer soll denn das sehen? Meine Güte. Oh, Mann, ey. So, wo ist jetzt schon das Lagerball? So, man, bei welchem Wegpunkt von den ganzen Punkten ist das denn jetzt schon? Oh. Oh. Anscheinend erst das dritte Mal drauf. Warum auch immer. Ja, nein. Okay. Also ich meine, da war es ja schon wesentlich öfter als... ...drei Mal drauf. ...drei Mal drauf, aber anscheinend ja nicht. So. Wie lange ist er denn schon im Park? ...vierzehn Minuten, also eigentlich müsste er... ...ah... ...bevorzugte Bahnintensität hoch. Vielleicht sollte ich ihn doch... ...ääh... ...bei den hier... ...nicht auf... ...Lotte-Lotte schicken. Sondern eher siebenmal den Rächer. Genau. Was haben wir eigentlich gekriegt? Extra-Land, glaube ich. Keine Ahnung. So. Ein Bild bin angekommen, dann beobachten wir den und dann schauen wir mal, wie es ihm so gefällt. Da dachten wir vor allem auf seine Statistik. Da bin ich nämlich echt drauf gespannt. Ah, perfekt. So. So, der geht jetzt wahrscheinlich zu dem Rächer. Genau. Da vorne ist er. Wir rennen auch schon zig Leute hinterher. Das ist jetzt schon ganz gut. Die Anzeige fehlt unten rechts. Ist aber auch gut, dass man einfach keine Schienen sieht. Ist mir auch interessant, wie einfach kein Übel und kein entwickelter Kerl. Der ist gut. Oh, jetzt sitzt man ja nur mehr Mittel. Er will nur noch Mittel. Ach, die Typen quälen wir jetzt mal. Warte mal, vielleicht sollten wir... Hier mal auf 60 Sekunden machen. Mal schauen. Geht wie alles los... Ja, jetzt passt's. Er will jetzt auch nicht mehr raus. Perfekt. Das wollen aber auch wieder mehr generelle Leute in den Rächer rein. Cool. Der Kerl ist echt. Gut, also mein persönlicher Rekord liegt ja bei... Ich glaube 25 Mal... An einem Tag die gleiche Achterbahn fahren. Das war schon cool. Wenn ein Tag in dem Park einfach echt nichts los war. Alter, dass der immer noch Bock hat, im Park zu sein. Ohje. Interessant. Die Parkmeinung schwankt inzwischen. Scheiße und relativ gut. Yo. Die Melding, die da durchrushen, sind aber auch gut. Oh Mann, ey. ich glaube wir stellen hier einfach mal jetzt nur noch auf eine runde weil die leute wollen irgendwann auch aus dem ding raus das locker hält jetzt zurzeit echt gut durch muss man schon sagen oh danke so oh gott scheiße sind ja viele leute wir verpissen uns so bei dem ich noch mal diesen weg gehen oder seht immer sofort umbau aber ich glaube diesen mal lang ist es einfach mal jetzt kein bock drauf bis zum nächsten mal macht es genau wiedersehen